Den zweiten Teil der Reihe Cockpit bringen wir am Samstag, den 14. November, nachmittags um 15.15 Uhr. Recht hier von der guten alten Ile du Levant. Jawohl, wo du letztes Jahr gekniffen hast. Naja, es muss ja nicht jeder unbedingt wissen, dass ich nichts zu verwerben habe. Also ich bin zu allen Schandhaken bereit. Der alte General, der da ist, letztes Jahr hat er nur Fußballstiefel getragen. Und sonst nichts, aber auch gar nichts. Wieso? Du hast doch gesagt, er hat immer eine Taschenohr bei sich gehabt. Wo hat er die denn hingehängt? Oh! Wer von euch war das? Was? Wer hat sechs Paar Würstchen heiß gemacht, ohne was in den Topf zu trinken? Ich kann nun mal nicht lügen. Das war Valerie. Er ist das war's. Ah! 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 Verehrte Zuschauer, Plus Minus aus München bringt heute vier Themen. Es geht dabei ums teure Wohnen.